es ist sowieso auf den zauber von daher ist schon ganz gut so schätze ich finde es ein bisschen schade dass es nicht mehr schadens zauber gibt so was die einfremde so dass wir auch sick wenn wir schon hexer sein würden dann bitte aber auch richtig ist die frau probieren schon also mit tritt nach dem zauber balladmi ist jetzt extrem ist so spart ich bin so frei es könnte ich noch ein paar mehr schnellreise funktionieren geben einfach nur so reinlaufen muss hoch das geht hier ab man sehe und staunert jetzt rein scheint wohl ein questort zu sein na gut dann kann ich mir das auch sparen genau deswegen will ich erst die pinnbretter alle ablaufen damit so was nicht passieren kann dass wir schöne quest nach quest machen und vor allem die unbekannten sachen auf der karte auch direkt aufdecken was sind teufels ach so das sind leute das sind gegner passt schon denn die kinder sind mir sowas nicht egal hoch gespawnt dort ok was geht hier ab was besonderes ok kann lange suchen so was heißt glaube ich noch zwei markierungen wenn ich schon mal hier bin damit aber irgendwie auf der unteren insel in wählen war viel mehr action was diese ganzen nebensachen anging ich meine nicht dass ich das vermisse aber ich bin ja die pinnbretter extra deswegen ist abgelaufen und ort der macht sogar hier oben hat sich sehr gelohnt hier hochzukommen also so fast zumindest ich drücke gar nichts aus die kamera wie soll ich damit hochkommen hochfliegen gottes willen jahres vielleicht nicht viel anlauf anscheinend ein ort der macht das ist das überhaupt für ein dingens axi ne ich nie habe ich ich muss auch aufpassen ach guck mal hätte man vielleicht sogar ein fast human weg gehabt ok das ist cool ist da drüben noch was es war einfach zwischendrin so ganz seltene kräuter gibt zum wegen sport chance 100 oder so nur für irgendwas ganz cooles brauche man hätte es kein spiel über die kräuter sammeln müssen hat es einfach nicht gemacht so weil ich dachte mir sagt wird aber ja viel glück war nett kein gut was gibt es hier gibt schon mal nicht mehr nett ok dann war die nächste sache ich gehe erstmal dort hoch dann haben wir es wenigstens hinter uns und dann haben wir das alles zu tun und hier auch das ganze fragezeichen so eine kacke ok das würde sowieso ein wenig dauern bis wir da angekommen sind wir gehen gibt es doch einfach gar nicht so keine städte also klar wie gerade aber hier ist ich gerade tote hose bin ich ja froh noch wenigstens die paar markierungen zu haben die ich an der einschlagtafel gefunden habe dass mich auch so mittendrin einfach gar nichts findet einfach nur so natur pur und ein vorgeschwärmen ach wie süß ach ne guck mal ich hätte man sogar sogar die muss gewesen nee es ist zwar ein ort allerdings kein schnellrese punkt ich meine ich muss das was gesagt hat zurücknehmen hier gibt es doch was hätte ich jetzt nicht gerechnet mit dass hier auf einmal so eine plantage ist das ist so schnell getan wie kann das sein teils du deine arbeiter müssen wir wollen monster töten kein schnellrese punkt oh gott oh was 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 das animiert mit dem manuellen speichern so wird es auch kommen so besser ist das was ich will nicht erzählen das ist ja alles kein schnellrese punkt ist das ist doch einer jetzt hätte mich ja auch gewundert das das war traurig gewesen kannst du das ist innerhalb von dörfern keine ausdauerzeit gehabt na habe ich auch nicht hey schaffe also könnte ich mit übeles abmetzen zu schafsfleisch ich weiß gar nicht wie viel essen habe ich denn noch um mich kämpfen zu heilen das haue ich ja mal fröhlich raus aber das sollte ich auch mal checken das geht noch das geht noch jetzt auch nicht mehr so krass viel aber hey das heißt gar nichts so ist mir trotzdem wieder im pur nichts angekommen wo man immer noch sachen in der ferne sieht ich finde es ein bisschen kacke das sind die grafikoptionen oh schwammhunde was der soll zu stark für mich sein warum der auch ok schaden ist auf jeden fall da wie gehe ich mich vielleicht gerade in gebieten die ich nicht gehen sollte oh alter ausweichen 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 ich bin so gut wie tot oder ok das war einer verpiss dich ok 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 ich habe es haha puh das hätte auch schon wieder endlich gar nicht sein müssen ok ok aber hey ich habe mir fast gar nichts in die pegel gebracht kann das sein das ist jetzt nicht so spannend aus aber ich komme vielleicht gerade so ein bisschen gebiet wo ich nicht hingehen sollte aber kommen die 200 meter bis zum anschlag brett wenn wir noch gehen ist es schon wieder dorfgebiet das wäre optimal hallo welt zu hause ein höhen ok auch alles dorf finde ich nett kann man auf jeden fall machen in bluenwitz sind wir jetzt ok was gibt es hier schönes vorsicht vor den rittern in rot alles klar werde ich auf jeden fall haben nicht ja klar das eine dinge hat es einmal so viel freigeschalten oder was leck mich doch da bin ich ja auch wieder ewig beschäftigt drüben ist natürlich noch meiner also da hätte ich natürlich auch noch spaß mit aber ich könnte weg sogar ziemlich wie sie reiten sehe ich gerade das werde ich sogar tun da werde ich mal anfangen so die ganzen quests mal zu erledigen die ich dann angenommen habe so ok das fährt weiß offenbar besser oder ist doch richtig ja ist richtig demnach mache ich später brauche ich es nicht machen ist bestimmt ja ist auch zu hoch für mich da ist das totenkopf symbol über der quest also was soll es nicht so wichtig ging mir erst mal darum dass ich dann erstmal alles angenommen habe was man so das erste annehmen kann und dann so meine reise planen und fortsetzen kann so bitte fährt nach hin was in der hoch von diesem martin geht bis darunter hat mich hier gerade angezeigten ort was es war nicht so eine sache tatsächlich hier immer noch pflanzen doch eine markierung bisschen nervig dass diese markierungen einfach mal auf dem weg verteilt sind so wenn man nicht so auf meine fährt unterwegs ist und wenn man nur so läufig hat bock hat es ist auch leicht nervig ich muss vielleicht mal einfach alles abbreiten dass das ist aus oder kommen später auch noch mal hin ich muss noch mal eine grafik option schenken kann sich direkt hier machen okay das sind nicht die grafik optionen die suche hexe sind auch mini karte was nein ist das schon alles auf maximum das scheint so ich habe kein nennen wie der auf damit das hat sich einfach gar nichts geändert das war schon auf maximum den ich noch kurz mit ah nein 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 ja auf gerard sei gegrüßt was geht ab mit brille ich würde mir gerne die scherz verkaufen der sich schon wieder sinnlos um sammelt jetzt sogar noch ein bisschen geld klasse das behalten wir noch ich kann aber raus die auch finde ich auch nicht gut was ist mir sonst noch so schwer ich muss echt mit dem tag komplett durchgehen die attacienhose sieht ja gar nicht mal so schlecht aus diese eine da ist die vielleicht von den werten von den passen werten her besser als die die ich jetzt habe naja gut nicht so sehr da guck mal wir sind sowieso fast da tschüss wert moment mal gibt es hier kein schnell reisepunkt für sowas nö gibt es einfach nicht ist nicht klasse na was wir machen vielleicht später hauptsache wir haben sowas gröbste erst mal durch und dann gucken wir weiter ja sie sagen hier irgendwann einfach schon da hinten dieser baum wirkt ziemlich so unscharf direkt der nächste dort keine ahnung finde ich ein bisschen schade ich meine keine ahnung ob der rechner zu viel wäre oder so wenn es doch nicht so wäre nein will ich nicht so finde ich doch ein bisschen arg schade so wir haben alles so war jetzt hier sind wo ist denn hier reden wir sollten hier reden was habt ihr für probleme gar keine sie nur weiter guter mann ruhe gotthard er kann uns womöglich helfen die bande von kleinrod will das dorf angreifen will sich an bertrand rechen wir haben nicht viel aber wenn du uns verteidigt bezahlen wir nicht ähm okay wer ist kleinrod sie treibt es angeblich mit wölfen ein mann mit bloßen händen zerreißen eine bestie in menschengestalt wobei manche sagen sie sei sehr schön sie führt eine bande von deserteuren an richtige halunken aus verschiedenen armeen geübte mörder und plünderer und warum will die bande sich ausgerechnet an dir rächen weil weil ich sie an die hexenjäger verpfiffen habe die hexenjäger interessieren sich für banditen seit wann die bande von kleinrod hat unser dorf terrorisiert niemand hat uns verteidigt schließlich ist bertrand zu den jägern gegangen und hat sie um hilfe gebeten die jäger sind ihnen nach wir hatten einen kurzen frieden aber dann hat kleinrod wind davon gekriegt sie will bertrand tot sehen er ist erledigt wenn du nicht hilfst ich kümmere mich um die banditen geht heim und verbarrikadiert euch sie dich vor hexer die sind wirklich gefährlich wie gefährlich können die schon sein das müssen jetzt machen ok bis am abend kein bock dass die quest fällt ich noch einen händler mit dem ich kurz quatschen könnte oder mal anders jetzt ist gerade mal 11.30 ach da rechts noch einer ok hier nehme ich noch fix noch mit sei gegrüßt ja schon der er hier ich würde es ist sogar der eine von eben wahnsinn dankeschön spiel also wenn das nicht notwendig war lebt wohl ok in den speichern manuell und sprung ein bisschen vor und schau dann mal ob ich sie auch besiegen kann vielleicht bin ich ja gut genug so wachhunde ich sehe schon was ein wachhund ist es ist noch nicht abends genug ach da sind sie ja vielleicht haben sie um sie gegen monster zu verteidigen und gegen menschen die sich wie monster benehmen dafür hältst du mich also willst du das nicht finde es selbst raus wenn du es wachst oder gib mir bertram dann geschieht sonst niemandem was äh ich will fragen wir jetzt nochmal nach was hat bertram dir getan dass du rache willst ha diese kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt dann hör zu er kam vor einem halben jahr zu mir und sagte er würde verraten bei wem das plündern sich lohnt gegen einen teil der beute aber nach einer weile wurde der mistkerl gierig er wollte mehr ich lehnte ab da hat er uns die hexenjäger auf den hals gehetzt wegen ihm habe ich die hälfte meiner männer verloren und jetzt ihr beiseite hexer das ist nicht deine sache wir wollen bertram und sonst niemanden mein wort darauf ich habe echt keinen bock die hier irgendwie ins dorf zu lassen und dieser bertram typ naja ich glaube nicht dass sie das dorf einfach so verschonen würde tu was du tun musst ne mir ist ziemlich egal was du sagst nimm deine männer und verschwinde sonst fließt blut oh blut fließt auf jeden fall gerade hast du dafür gesorgt dass es noch mehr wird oh so 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 so